Tag 2 und zum zweiten Night-Plo 2023 hier auf dem Norden. Eine fantastische Kulisse, hier sind so viele Zuschauer und ich würde sagen, wir üben jetzt erstmal für die Ballonfahrer einen riesen Applaus! Ich genieße die folgenden 20, 22 Minuten mit dem Night-Plo und viel Spaß, Elvis, rückt raus! Jetzt kippt der Traum, die auf dem Lied und zum Plan macht der ein. Alter, ist das so geil! Das ist so geil! Das ist so geil! Das ist so geil! Die Kirche ist in der Nähe von der Kirche. Es wird nichts zu sehen, dass es sogar einen Aufwachstum geben wird. Ich werde gar nichts persönlich filmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020